Und wenn wir als Team nach vorne gehen, das ist ja auch schon irgendwo ein Vorbild, so sehe ich es zumindest. Ist die beste Werbung für das Thema. Und auch da sieht man ja, dass man sich ergänzt, dass man zusammenspielt und solche Sachen. Und ich denke, das ist doch schon erstmal der erste Schritt, zu sagen, das ist alles möglich. Wir versuchen immer Überzeugungsarbeit zu leisten, weil wenn du es nicht vorlebst oder wenn du da nicht von überzeugt bist, dann kannst du das nicht weitergeben in die Truppe. Das ist, also das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Also du musst immer gucken, dass die Truppe und dass sie alle mitziehen. Das ist das Schwierigste, weil es nützt nichts zu einer HR zu sagen, kümmere dich mal darum, dass wir mehr Mädels kriegen. Oder mach dir mal. Meines Erachtens bringt das nichts, weil es muss die ganze Truppe dahinter stehen. Es müssen alle Geschäftsführer dahinter stehen. Jeder muss sagen, okay, wir wollen das und dann kann es funktionieren.